Hallo und herzlich willkommen beim Campshop TV. Schön, dass ihr auf unserer Seite gefunden habt. Im Nachfolgenden möchten wir euch Informationen, Hilfen, Tipps, Tricks, Anwendungen und Service zeigen, wie ihr die Kameraprodukte, die ihr bei uns erworben habt, benutzen und auch betreiben könnt. Vielen Dank und viel Spaß in dem nachfolgenden Video. So, jetzt ist die Kamera angekommen oder ich habe sie gekauft und habe sie nach Hause mitgebracht und hiermit möchten wir euch zeigen, wie die Kamera von Anfang bis zum Ende benutzt und eingesetzt werden kann. Ja, dann machen wir mal hier das Paket auf, welches vom Campshop Online geliefert wurde und in der Verpackung befindet sich ein Flyer. Oh, das ist ganz nett. Ansonsten haben wir hier zum Beispiel die Mikromount-Halterung mitbestellt. Es wurde mitgeliefert die Basic-Mount-Halterung. Ich habe auch noch eine zweite dazu gekauft. Ansonsten haben wir auch im Paket den Ladeadapter mit dabei für zu Hause und wir haben hier noch einen Ladeadapter für unterwegs mit dabei und hier befindet sich die Kamera. Dann haben wir hier noch eine MicroSD-Karte. Das ist jetzt hier eine 8 GB-Karte mit einem Adapter, den man auch für eine Kamera oder auch für den Computer benutzen kann. Wobei die MicroCam in dem Fall braucht nur die Speicherkarte hier. Kommen wir gleich dazu. Hier haben wir noch mal einen kleinen Flyer dabei mit den ganzen Informationen und Produkten, welches wir im Campshop anbieten. Dann legen wir das mal auf die Seite hier. Da haben wir noch ein leckeres Gummibärchen mit drin. Dann wollen wir mal schauen, wie funktioniert jetzt die Kamera. Also, ich öffne meine Boxe. In der Boxe befindet sich eine Beschreibung und zwar geht es hier um die MicroCam 720 HD Live in der Edition 2014. Hier drin sehen wir die MicroCam. Die MicroCam ist hier noch mal zum Schutz eingepackt in einer Hülle. Das heißt also, da haben wir die Kamera. Dann gucken wir, was sich weiterhin in der Schachtel befindet. In der Schachtel befindet sich noch ein USB-Kabel, welches ganz wichtig ist, um hier die Cam zu betreiben. Und es ist hier auch noch ein kleiner Anhänger drin, den ich zum Schutze für die Cam nutzen kann. Auch mit dabei befindet sich das TV-Kabel. Hier ist es allerdings wichtig, um das nicht zu vergessen, dieses Kabel ist nur für den Fernseher. Das heißt, ich kann dann meine MicroCam an den Fernseher anschließen. Ist also nicht für den Anfluss an den Computer. So, wie funktioniert die Kamera? Was muss ich tun? Dann fangen wir damit an. Also, hier ist die MicroCam. Das ist das kleine, oder die kleine Nische, um diesen kleinen Anhänger zu befestigen. Unser Tipp hierbei ist, wenn ihr den befestigen wollt, schiebt ihn hier rein und geht her, nehmt eine kleine Nadel und zieht dann mit der Nadel die andere Lasche wieder raus. Sonst dauert es wirklich lange, bis man das da durchzieht. Die Kamera selber, das ist die Rückseite, dann haben wir hier die Vorderseite, sind zwei Knöpfe an Aus, Start und Stopp. Ansonsten befindet sich hier an der Seite eine Klappe, hier kann man ganz schön erkennen, das ist der Port für den USB-Anschluss zum Laden und auch für zum Daten übertragen. Hier ist ein kleiner Reset-Knopf, das hier ist der Spalt für die MicroSD-Karte. Das heißt, die MicroSD-Karte muss als erstes mal eingepflegt werden. Wir können hierfür verwenden, MicroSD-Karten bis 32 GB. Schauen wir uns das an. Den Adapter brauchen wir zunächst für die Kamera nicht. Wir brauchen nur die kleine MicroSD-Karte, die lösen wir jetzt hier aus diesem Kunststoff raus. So, das heißt, die MicroSD-Karte muss so eingeführt werden, dass ihr seht, sie zeigt nach oben, wird also hier eingeführt. Jetzt gibt es hier eine kleine Feder. Ihr seht, diese Feder hier heißt, ich muss mit meinem Nagel über den Punkt drüber gehen. Das heißt, damit die einrastet. Wenn ich sie wieder raushaben will, muss ich dann wieder einfach mit dem Nagel drücken und hier kommt sie wieder raus. Das bedeutet, also Kamera hier auf dieser Position, Karte rein, drücken, bis sie einrastet, also über den Punkt, dann klickt es, jetzt ist sie drin. Sehr schön. Jetzt können wir das Gehäuse hier schließen und jetzt nehmen wir die Kamera mal in Betrieb. Also, dieser Knopf ist unser Startknopf. Das heißt, einmal anschalten, was passiert? Es hat kurz geblinkt, jetzt leuchtet das Licht auf Dauerlicht. Das heißt, Kamera befindet sich im Standby. Jetzt machen wir folgendes. Drücken diesen oberen Kameraknopf einmal und dann fängt das Licht an zu blinken. Wenn sie blinkt, ist sie jetzt im Aufnahmemodus. Den Aufnahmemodus kann ich jetzt unterbrechen, indem ich wieder einmal drücke. Und ihr seht, die Cam ist wieder auf Dauerlicht. Das bedeutet, sie ist jetzt wieder auf Standby. Weiter filmen wäre einmal oben drücken und schon filmt die Kamera wieder weiter. Wenn ich anhalten möchte, Stopp! Möchte ich die Kamera ausschalten, muss ich den unteren Knopf vier Sekunden lang drücken. So, das war schon die Bedienung mit der Microcam. An und aus und Start und Stopp! Weiter. Möchte ich die Microcam benutzen und zwar für den Bereich Fotografieren, funktioniert das etwas anders. Ich drücke den Knopf einmal, Kamera geht auf Standby. Ihr seht, das Licht leuchtet wieder auf Dauer. Jetzt drücke ich den unteren Knopf noch einmal und ihr habt gesehen, das Licht ist einmal an und ausgegangen. Jetzt ist die Kamera im Fotomodus. Das bedeutet, oberes Symbol drücken und in dem Moment, wo ich einmal drücke, passiert immer ein Foto. Das heißt also, jedes Mal, wenn ich drücke, mache ich hier ein Foto. Möchte ich das wieder umstellen in den Modus Filmen, heißt das, ich drücke einmal unten. Jetzt geht das wieder an und aus das Licht, habt ihr gesehen. Und jetzt kann ich mit dem Tastendruck einmal drücken oben, den Film auslösen. Jetzt ist die Kamera am Filmen. Blinkt das orangene Licht, filmt die Cam, wie ihr seht. Jetzt stoppen wir das Ganze und sie hält wieder an. Ausschalten, vier Sekunden. So, das war die Bedienung der Cam, wie sie funktioniert, an und aus. Hier seht ihr folgendes. Das ist das Objektiv, das ist das kleine Mikrofon. Das bedeutet, die Cam filmt zunächst in dieser Position. Das heißt, meine Aufnahmen sind immer in der Position, die ich also machen möchte. Es gibt bei uns auf der Internetseite unter der Rubrik Downloads die Möglichkeit, dass ich die Einstellung der Kamera verändere. Das bedeutet, ich kann hergehen und könnte zum Beispiel die Cam auch irgendwo so anbringen. Das heißt, dann wird das Bild ja gedreht. Das kann man aber in der Einstellung unter Downloads Firmware, kann man die Cam nach eigenem Belieben einstellen.